Seelenwandern bis ich sie mit meiner Kamera einfangen Holy Shit, das sind viele Leichen Kein Wunder, dass wir so oft gegen Geister kämpfen müssen und da ist er der dann wahnsinnig wurde und alle umgebracht hat und wisst ihr was, jetzt kommt gleich der Formel Battle ach so und bei Kiri hier funktionieren übrigens Laymen und so, das funktioniert nicht bei der deswegen, wollte ich gar nicht versuchen Ich will nicht Guck mal, das Tor ist offen Noch Hier müssen wir den Steinspiegel äh, den Steinspiegel Mafu Mafu Mechu Yay, er sieht uns We will almost food together Amamakuyu Sie hat ihn aufgephrased Du Schlampe Ich mach dich platt Der Kleinstreinchen Final Battle Ab geht die Post Nicht von ihm berühren lassen, sonst seid ihr sofort tot Holy Fuck Oh oh Warum hab ich nicht abgedrückt? Ihr könnt erst knipsen, wenn der Kreis, äh, rot ist So wie jetzt zum Beispiel Ich kann nicht zielen Ich kann nicht zielen, wenn sie so, äh, das macht Und ihr seht, sie hat übelst viel Energie Und wir können sie nur verwurten, wenn der Kreis orange wirkt Holy Shit, das nenne ich mal Schaden Sonst können wir sie nicht verwunden Da sie aber ziemlich langsam ist Ist der Kampf mit Typ 90 Film Sehr leicht, eigentlich Ein Schuss noch, dann war's das Sehr leichter Endboss, wa? Jedenfalls mit Typ 90 Film Äh Äh Holy Shit Sie hat sich teleportet Uah Genau hinter mir Hör auf dich zu teleporten Das war's Du bist tot 2700 Seele Holy Shit Sie ist aber noch nicht tot Äh, äh, tot Tod ist ja auch irgendwie, ne? Geht ihr ja irgendwie schlecht Und jetzt guckt mal Ja It's the last piece to the maniark Miii-i-i-i-i, ja Den holen wir uns Heiliger Spiegel Und setzen ihn ein Dann war's das Abs Aqui Hit beim Unfall Jun quot St Wild Fin Bos Cu Piet Und die gute Kiria.